Herzlich Willkommen in meinem heutigen Zahlengeheimnis. Die heutige Zahl ist 815 oder 815. Was verraten uns die Zahlen? Das heutige Zahlengeheimnis am 12. September 2019. Heute können wir mit einer Überraschung rechnen. Heute kehrt etwas zurück aus der Vergangenheit. Entweder meldet sich jemand, den wir von früher kennen, oder es kommt ein bestimmtes Thema in Vorschein. Es wiederholt sich etwas. Diesmal betrachten wir es mit anderen Augen und gehen wir selbstbewusst damit um. Heute bietet sich eine Lösung. Wir können etwas klären, in Ordnung bringen und manche werden das auch abschließen können. Für einige von uns ist es eben nicht ein Abschied oder Abschluss, sondern das im Gegenteil. Es bietet Chancen zu einer Versöhnung oder jemand überbringt eine fröhliche Botschaft und das kann ein Neuanfang sein. Trotzdem hängt das zusammen mit der Vergangenheit. Das heutige Zahlenbotschaft ist, es wiederholt sich etwas, aber wir nehmen es anderes wahr. Wenn wir heute einer von diesen drei Zahlen begegnen, dann ist das eine ganz persönliche Botschaft für uns. Ihr könnt selbstverständlich euren individuellen Zahlen fragen, immer wenn ihr dieses Gefühl habt, jetzt ändert sich etwas. Buchung ist möglich als Blitzberatung für nur 10 Euro. Mein E-Mail-Adresse ist blitzberatung.denderasusannamedici.com Wenn ihr das Zahlengeheimnis etwas früher erfahren möchtet, ich veröffentliche das rechtzeitig in Facebook. Ich bedanke mich für eure Interesse. Bis nächstes Mal. Eure Dendera